Herzlich Willkommen hier bei Glash Gohan und wir sind hier bei Tipps und Tricks für den Aufbau-Guide Rathaus Level 2. Wir wollen uns erstens natürlich anschauen, was gibt es denn eigentlich hier zum Upgraden, was können wir alles ausbauen, was erwartet uns hier auf Rathaus Level 2, was ändert sich zu Rathaus Level 1. Das Tutorial, das solltet ihr jetzt durchhaben, also müsst ihr ja wissen, was hier so rangeht. Und dann wollen wir uns anschauen, wie gesagt, was machen wir jetzt hier alles auf Rathaus Level 2. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Also als erstes gucken wir uns an, was hier auf Rathaus Level 2 uns so erwartet. Was ändert sich zu Rathaus Level 1? Ihr seht die Ressourcengebäude. Gucken wir uns erstens an, am Anfang haben wir einen Ressourcensammler, den können wir auf Level 2 ausbauen. Jetzt haben wir zwei, die wir bis auf Level 4 ausbauen können und auch sollten. Dann haben wir noch eine Goldmine, da ist genau das gleiche Spiel, auch eine Verdopplung der Minen und auch bis Level 4. Das Elixierlager können wir von Level 1 auf Level 3 ausbauen und das Goldlager von Level 1 auch auf Level 3. Das nächste sind natürlich unsere Armeegebäude, was richtig wichtig ist in Clash of Clans. Dazu kommen wir aber wesentlich später noch. Ihr seht, wir haben eine Kaserne von Level 3. Jetzt können wir schon zwei auf Level 4 ausbauen. Das Armeelager können wir von Level 1 auf Level 2 hochziehen. Das heißt, mehr Truppen zum Farmen, um Ressourcen für unsere Gebäudeausbauten zu sammeln. Und natürlich, um unsere Verteidigungsgebäude auch auszubauen. Wir haben zwei Kanonen Level 2 von Rathaus Level 1 hochgebracht. Die können wir noch auf Level 3 hochbringen. Und wir bekommen zusätzlich noch einen Bogenschutzenturm, den wir bis auf Level 2 ausbauen können. Die Mauern kommen auch dazu. Ihr seht es schon im Bild. 25 Stück, die wir bis auf Level 2 ausbauen können. Das geht alles relativ schnell. Und wir sollten dann auch alle Gebäude durchweg ausgebaut haben, bevor wir hochgehen. Auf Level 3, wir haben die Barbaren und natürlich die Bogenschützin, die wir hier auf Level 1 haben. Den Riesen natürlich noch. Der bleibt auch auf Level 1. Wir haben noch keine Labore. Die kommen in späteren Rathausstufen. Da kümmern wir uns darum. Wenn wir die Rathausstufen durch haben. So weit, so gut. Aber was baut man hier auf Rathaus Level 2 als erstes aus? Natürlich bei dem kleinen Rathaus. Dann bauen wir als erstes unsere Sammler, unsere Goldminen aus. Das wir so schnell wie möglich produzieren. Wir können auch natürlich Angriffe machen. Die Verteidigungen, die sind am Anfang noch nicht ganz so wichtig. Die bauen wir dann aus. Sobald wir hier alle Minen ausgebaut haben. Ihr seht es. Keine Gems ausbauen. Keine Gems für Gebäude. Keine Gems für Gebäude. Ich wiederhole es nochmal, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Keine Gems für Gebäude ausgeben. Wartet einfach, bis alle Bauarbeiter frei sind. Ihr seht jetzt, das dauert nicht lange am Anfang. Ja, ihr seid ein bisschen ungeduldig. Aber spart eure Gems. Das ist ganz wichtig. Ich habe auch ein Tipps und Tricks Video gemacht. Auch da erwähne ich das ganz oft. Das ist ganz wichtig. Spart sie hier für euren nächsten Bauarbeiter. Ihr könnt eine Bauhütte für 500 Gems bauen. Und die bekommt ihr auch relativ schnell hin. Einfach nur, wenn ihr euer Dorf ausbaut, kriegt ihr genügend Gems. Auch wenn ihr hier irgendwelche Bäume wegmacht, dann kriegt ihr auch welche. Spart die Gems. Und nehmt die Bauhütten. Wichtig, ihr müsst so schnell wie möglich, so viele wie mögliche Bauhütten bringen. Und ihr seht auch hier, wie schön sich das alles ausbauen lässt. Also ganz easy. Ihr kriegt das definitiv relativ schnell hin. Rathaus 2 ist ganz einfach. Baut eure Ressourcen aus. Danach die Armee. Danach die Verteidigung. Und natürlich die Mauern. Und immer wieder unten auf Angreifen klicken. Auf Kampf finden. Und natürlich auf Farmen. Könnt ihr alles machen. Wie gesagt, in Tipps und Tricks. Da seht ihr das auch nochmal. Das soll es auch schon erstmal für Rathaus 2 gewesen sein. Mehr gibt es hier nicht. Rathaus 3 wird dann relativ schnell von euch ausgebaut werden. Und dann seht ihr schon, bekommen wir viele neue Gebäude und viele neue Sachen. Das schauen wir uns aber im nächsten Video bei Rathaus Level 3 an. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß bei Level 2. Wir sehen uns dann bei Level 3. Ich wünsche euch, wie gesagt, viel Spaß bei mir.